hallo leute ich bin damit der burner hd und herzlich willkommen zu meinem neuen video heute habe ich für euch die agento pyroshow 1000 b tasmania er handelt es sich um ein 80 schuss mix shape verbund im kaliber 20 25 und 30 millimeter wir haben eine nettomasse von 995 gramm und die brenndauer ist mit 66 sekunden angegeben steigehöhlen haben wir unterschiedlich jetzt 25 35 und 45 metern wahrscheinlich abhängig vom kaliber wenn sie jetzt mal zünden mein fazit findet ihr wir am ende des videos und dabei wünsche ich euch viel spaß ja 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 ja